Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play American G's Alice im Wunderland. Tja, uns wurde ja der Rückweg abgeschnitten, deswegen gibt es nur noch einen Weg, zu dem wir laufen können. Und das ist mitten zu der Herzkönigin. Without Gryphon our forces are leaderless and a battle has begun. Deliver us from this evil or let us perish. Machen wir. Und warum der hier tot rum lag, keine Ahnung. Aber jetzt geht es in die königliche Schlacht im Reich der Herzkönigin. Sieht diese Karte nicht genial aus? So richtig schön finster, böse und... Oh, toll. Und dieser schwarze Moor ist wieder da. Und da, jetzt werden wir sie endlich vernichten. Nicht wie es geht, endlich in die letzte Schlacht. Es wurde auch so langsam Zeit. Aber nur so langsam, nur so langsam, nur so langsam. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel wirklich so lange geht. Ganz und gar nicht. Aber egal. Äh, Lava. Und die Wege brechen unter uns ein. Das heißt, wir dürfen nicht weiter zurück. Wir müssen vorangehen. Denn wir dürfen uns erstmal in das Schlachtfeld hineinkämpfen. Da kämpfen unsere Truppen. Weiß gegen Rot, mal wieder. Wir können nicht eingreifen. Nein, aber wir haben unsere eigene Schlacht zu schlagen. Zum Beispiel, indem wir ihn da wegrüsten. Tja. Und dich wegrüsten. Und dich und dich und dich und dich und... Wow, viel zu viele Gegner hier. Oh mein Gott, nein. Das ist jetzt... Nein, 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 nein. Ich brauche das Orb. Ich brauche den Orb. Der, die das dumm Orb. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob es wirklich Orb heißt, aber ich muss hier ein paar Karten rüsten. Und die geben nur noch kleine. Das ist nicht gut. Nein, so kriege ich meinen Jemper Wookiee-Stab nämlich nicht voll genug. Und jetzt werden uns nochmal alle Gegnerarten entgegengeschmissen, die das Spiel zu bieten hat. Oh ja, Leute. Wir werden jede Gegnerart noch 5000 Mal sehen. Nein, nicht 5000 Mal, aber... Wie gesagt, jeder Gegnerart kommt jetzt hier nochmal runtergeflogen. Und was erwartet es uns an der nächsten Weggabelung? Ach, wieder Karten. Okay. Das Kartenspiel wird niemals enden. Aber die erledigen sich zum Glück auch ein bisschen gegenseitig, denn die sind ein bisschen bräsig. So. Habe ich euch weggefetzt zum großen Teil. Und da kommen noch neue nach. Ja, das finde ich jetzt aber nicht so prickelnd. Aber ihr fandet das eben gerade auch nicht prickelnd. Und was wird uns jetzt entgegengeschmissen? Ah, auf dieser Seite gar nichts. Ja, ihr seht es schon. Der Weg ist lang. Der Weg ist weit. Noch mehr Karten. Ja, die Königin wirft uns jetzt alles nochmal entgegen, was sie zu bieten hat. Ein letztes Aufbäumen. Aber ihr Untergang ist gewiss. Denn schließlich führe ich die Truppen an. Na gut, das will nichts heißen eben gerade. Ich kriege gute Treffer ab. Ich kriege verdammt gute Treffer ab. Besonders da jetzt gerade mein Jepper-Wookie-Stab nicht angewählt war. Ey, was zum... Du solltest eigentlich mal Firing my Laser hier machen und jetzt noch ein bisschen Explosion dahinter jagen. Genau so sollte das laufen. Oh mein Gott. Das Schloss der Königin ist dort vorne hinter der übernächsten Weggabelung-Ecke. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt es gleich. Aber vorher werden uns, glaube ich, nochmal ein paar Gegner entgegengeschmissen. Ja, wusste ich es doch. Äh... Sum, 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 sum. Ne, ne, ne. Die haben mich jetzt nicht ernsthaft darunter katapultiert, oder? Och, nö. Diesen Weg will ich ohne zu speichern schaffen. Das ist doch nicht wahr. Ja, wir sehen nochmal, wie die epische Schlacht da oben am Laufen ist. Da kommt ein Turm heruntergeflogen. Oh mein Gott. Leute, es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Das ist eigentlich da hinten. Ach, da hinten ist der kaputte Weg. Da brauche ich gar nicht erst hinlaufen. Lohnt sich ja eh nicht. So, dich wegrösten. Da kommen schon die nächsten Karten runtergeflogen. Die ich sogar in der Luft ein bisschen erwische. Oha, oha. Ne, 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 ne. Es ist schon gar kein guter Start, den wir jetzt gerade hier haben. Ich wollte gerade sagen, hat er sich jetzt ernsthaft darunter meinem, äh, meinen Explosionslasern runterhergedruckt? Aber nein, hat er nicht. Denn der Wort war im Begriff von uns umzufallen. Achso, ja, genau. Hier kommt er von unten. Noch ein paar Lava-Golems erledigen. Ein paar große Herzen einheimsen. Und hier kommt uns nichts entgegen geflogen. Nein, das war erst an dieser Stelle dort. Da kann ich auch schon mal meine Laser aufladen. Denn hier wird ja jetzt wieder alles vollgemacht mit den Leutchen hier. Die sich ja zum Glück auch zum Teil gegenseitig erledigen. Och, der arme Kerl, der ist eben gerade angekommen und dann war er wieder weg. Das tat mir jetzt nicht leid. Nein, ganz und gar nicht. Auch dich habe ich einfach weggekickt. Jetzt wird meine böse Seite, äh, wird hier herausgeholt. So, und jetzt will ich etwas testen. Denn jetzt kommen ja die neuen Karten auch unter. So. Ich bombardiere jetzt das gesamte... Was zum Teufel? So. So einfach kann man euch nämlich auch erledigen. Och, da kommen neue. Och, da kommen jede Menge neue. Ne, 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 ne. Ich brauche gleich mal eure Orbs da, die da drüben liegen. Gebt ihr mir hier bitte ein Orb, danke. Damit ich den letzten noch abschießen kann. So, weg mit dir. Ist mir jetzt mir egal, ob du wegfetzt oder nicht. Und wir nähern uns weiter in dem Schloss der Königin. Und sie wird sich immer noch vehement. Und sie wird uns nochmal Truppen entgegenschicken. Oh, da oben wäre sogar was für mich. Da könnte ich in die böse Alice gehen. Aber das lohnt sich ihm gerade nicht. Ich wusste es. So, das reicht. So, vier, fünf Strahlen hoch. Das sollte reichen. Ich halte noch ein bisschen was entgegen. Und dann lassen wir das Gewitter herab. Wir machen hier Armageddon. Wir machen das letzte Armageddon. Und dann läuft hier eben gerade. Oh, 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 oh. Oha, ich brauche ein Orb. Ich brauche ganz dringend Orbs. Nein, 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 nein. Das ist doch nicht wahr. Warum zum Teufel kommen da fünf Milliarden Gegner angelaufen? Das ist die letzte Stelle auch im Übrigen gewesen. Danach werden wir durch... durch das gesamte Gebiet. Dann wäre der nächste Ladebildschirm... Dann wäre, glaube ich, der Endkampf sogar schon. Ja, aber so kann man ja auch ein bisschen Zeit schinden. So, dann versuchen wir es noch einmal. Ja, du fällst schon um, bevor ich dich überhaupt treffen konnte. Äh, bevor du mich überhaupt gesehen hast. Du wusstest, was los war. Oh, ich kicke mal ein bisschen beiseite. Hier sammle ich sofort mal ein Orb ein. Noch nebenbei. Lass mich noch ein bisschen ein paar Mal treffen. Genau. Und bin wieder tot. Läuft das eben gerade, Leute, oder läuft das? Coole Sache. Oh mein Gott, ey. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Warum? Warum? Tu mir doch nicht so welche schrecklichen Sachen an. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen ruhiger da reingehen. Moment. Okay. Jetzt können wir. So, dich erledigen. Euch. Erledigen. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Was hier eben gerade läuft, das ist nicht wahr. Das geschieht nicht. Nee, das kann einfach nicht passieren. Das ist eine andere Realität, in der das eben gerade geschieht. Ja, ihr kämpft immer noch gegeneinander. Okay, Leute. Wisst ihr was? Das versuchen wir in der nächsten Folge nochmal. Ihn erledige ich da hinten jetzt schon mal. Kriege ich gar nicht erwischt. Doch, ich hab ihn weggefetzt. Okay. Gut, Leute. Wir spielen... Äh. Oh, sorry. Ähm. Wir spielen der Malcolm & G's Alice im Wunderland. Und ich von der Luke1986. Bis dann. Bis dann. Bis dann.